Ein wunderschönes und herzliches Willkommen zurück zur zweiten Runde Left 4 Dead 2. Die letzte Runde haben wir voll verkackt und die gute Nini-Line ist auch wieder am Start. Juhu, da bin ich schon wieder. Und ich würde mal sagen, schalte mal dein Chat mal aus. Ein Chat? Ein Sprachchat. Wie mache ich das denn? Unten steht Sprachchat beginn oder nicht beginn. Bei dir ist nämlich ein Haken. Oh, Sprachchat beenden. Jetzt? Nee, jetzt ist es an. Jetzt sollte es auch sein. Ein Haken ist da, weil ich Startabstimmung gemacht habe. Wird? Ich kann hier bei Startabstimmung abbrechen oder zum Starten abstimmen. Na gut, egal. Lass mal. So, in dem letzten Teil haben wir ja Mercy Hospital versucht. Und warum auch immer am Ende, ja, was ist da passiert? Abgeschmiert. Ja, aber nicht das Spiel, sondern der Service abgekackt. Warum auch immer. Mal gucken, wie es heute läuft. Genau. Heute spielen wir den zweiten Teil, und zwar Crash Course. Wieder Kampagne, normal. Und der erste Teil heißt Die Gassen. Und die Charaktere lassen wir per Zufall. Jo. Und ich würde mal sagen, starten wir. Und ich bin der Typ hier in der Mitte. Der zweite. Und du bist wieder der Schwarte. Ja, Huste, alles voll. Bitte, ich bin dabei. So, jetzt muss ich nur auf dich warten. Bei mir ist es schon durchgeladen. Ah, bei mir Leder und Leder. Leder, 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 Leder. Und gleich fliegst du wieder, wie man jetzt mal raus. Oh, hör mir auf. Nee, bis jetzt, Leder, bis zum Ende. Ja, 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 ja. Sehr gut. Das sieht doch sehr viel besser aus. Auf einieb es mal. Hast du die? Hab ich wahrscheinlich schon. Okay. So. Waffen sind hier. Was nehme ich denn? Boah, ich nehme mal die. Einmal ein Stimpack. Jetzt sage ich schon Stimpack. Was? Was ist ein Stimpack? Ich habe zu viel Fallout gespielt. Ich muss wieder reinkommen, da es eh mit Annehmen ist. Der Pilot, nur falls du noch mal schießen willst. So. Wird sagen... Das muss ich erst mal klarkommen, welcher du bist. Ach hier. Gehen wir mal los, ne? Jo. Mal schauen, was Crashkurs... Ja, laufen wir wieder in die Linse. Entschuldige, ich habe mich erst mal erschrocken, warum du geschossen hast. Warum sollt ihr wohl schießen? Trottel. Ja, Crashkurs, die Gassen. Bin mal selber gespannt. Und wir haben heute, was für ein Datum? Ähm, den 31. Das heißt, für dieses Jahr wird das das letzte Video sein für mich. Jo, sag du, dass du weiter gehst. Da. Ja, ich gucke überall ein bisschen rum. Ja, ich war da hinten noch am Rumpallern. Ja, auf die Autos sollte man auch ein kleines bisschen auffassen. Verlum. Du kleine Mistgräute. Verlum. Nein, 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 nein! Ich sagte schon, kein Nackelschlag, das hört sich dir voll zum смысler. Verlum. Über Sueasterspiele machen aggessiv. Nee, machen sie nicht. Du bist tot. Nein. Verlum. Leute, die haben einfach keine Ahnung, was aggessiv macht. Hip qualche tęskitti. du musst mal was unternehmen ich höre bei dir nämlich das Spiel ich habe dich jetzt nicht verstanden weil mein Schießen irgendwie zu laut ist so Adrenalin nehme ich mal mit wir mussten Koppel da war ein Boomer ich habe gesagt wenn ich schieße will ich mich selber bei dir im Hintergrund also ich bin praktisch das Spiel an die Städten Doppel und das trotz Kopfhörer wie geht das meine Kopfhörer sind zu laut das Boomer Kotze nehme ich mal mit von der her die alle her ich höre Hubschrauber ich höre Hubschrauber ich höre Hubschrauber ich gehe schon weiter was meine Güte was ist da los ja irgendjemand hat ihn mal wieder angeschossen ich weiß diesmal nicht ich habe andere Richtung geschossen ich bin auf der sick Bustard lol der army left Hoster behind den wo ist wie denn der f*** du bist tot du bist tot der 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 kaputt gemacht ist er durch ich habe richtig rum Jockey, ich mach Charger mal Charger Aber wo ist der? Keine Ahnung Da ist eine Rohbombe Das war es Was? Was? Ich hasse, dass ihn je länger man da drin ist, desto mehr Schaden kriegt man Willst du nicht eine Rohbombe nehmen? Kann ich machen Ich hab den Kopf von hinten, ne? Aber der geht natürlich auf mich aus Leute, jetzt schieß doch mal Ach du scheiß knacken Gnome Was gibt das Wort eigentlich? Genau warum Vielleicht liegt das ein, dass man weiß, dass das Wort einfach nur Mensch heißt Alter, wo die hier hergezogen kam Aus einer Richtung Was noch einer? Der ist tot Da auch noch Da, da, da Da, da, da Ah, jetzt darf ich nur noch die Waffe Hey Alle sagen gleichzeitig Lade noch Lade noch Irgendwo ist ein Jagdgewehr Das ist ein Jagdgewehr Irgendwo ist ein Smoker Wo bist du hin? Da drin? Ich gucke allgemein, hab ich doch gesagt Da liegen Schmerzmittel, ne? Da liegen Schmerzmittel, ne? Hey Vorsicht, das ist ein scheiß Dampfrohr Hier ist... Da ist auch ein Dings Nein 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 Dann bist du okay Lade noch 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 Boah, gib mir nicht aus dem Weg, ey, ja! Warte, warte! Alter! Das du mir nicht ständig in den Weg lassen musst, doch! Was für eine Zeitschrift wollen wir nehmen? Ach, Hot Hot? Nehmen wir Hot Hot? Oder... Hot Hot? Oder nehmen wir Hot Hot? Hot die Hot. Oh! Fette Waffe! Okay, jetzt muss ich mal gucken, geht es hier vorne weiter? Ich bin da! Uah! Wo kommt der denn her? Was? Hier ist eine Tür! Schön! Für das Spiel! Bei dir! Hallo? Hilfe! Hilfe! Ich hätte auch ein bisschen Hilfe gebrauchen! Äh! Leute! Äh! 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 Ähm! Die laufen alle die hinterher! Danke! Und ich lieg hier auf dem Boden und ich bin am verrecken! Geil! Ich bin auch am Boden! Ich bin auch am Boden! Scheiße! Steh auf! Wir müssen weiter! Alter! So eine blöde Nuss hier, ey! Irgendwie sind die beide richtig dämig, ne? Die NPC sind ja... Egal, das war für den Arsch! Hier ist eine zweite Pistole, ne? Hä? Hier ist eine zweite Pistole, hab ich gesagt! Ja! Das letzte Video dieses Jahr! Pass auf! Da ist ein Auto, das blinkt! Das heißt, eine Lama-Anlage! Okay! Ja! 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 Ich bin vorhin im Charter. Da war ein Charter! Da war ein Charter! Oh! Äh! Ja! Na wo bist du denn? Da vorne! Warum laufen die Viecher hier hinterher, ey? Was? Die NPC sind voll für den Arsch gerade, ey! Wirklich! Ja, keine Ahnung! Jetzt müsst ihr hier runter, oder was? Ja! jetzt wieder schmerzmittel das kannst du mitnehmen so weiter geht es hier hinten lang ja der ist geil gesprungen tank wo ist denn der scheiße es ist ein Hunter auf mich der tank hat mich nicht gekillt sondern der Hunter hat mich gekillt ja ja ich habe versucht dich zu retten aber das war nur ein Kuppentod ja ich bin wegen dem Auto umgefallen also ich bin wegen dem Auto umgeknallt weil er ein Auto nach mir geworfen hat die Knalltüte ja bei mir war das der Hunter der mich gekillt hat ja das habe ich ja gesehen ich habe versucht die ganze Zeit auf den drauf zu ballern während ich habe Boden lag ja das hat nicht viel gebracht weil ich schon längst am Boden lagte ja ja welcher Pern hat die zweite Pistole gesungen? nein als du geschrien hast habe ich in die andere Richtung geguckt das war einer von den beiden Publikum irgendwo ist ein Dunger ok toll kann es sein dass ihr ein bisschen Probleme habt? Ah! Ja! What? Ich weiß nicht, das ist ein Eingang, aber ich hoffe nicht, das sind alle an dem vorbei. Ich muss diese Schießerei leiser machen, ey. Solltest du mal machen. Ah, das war ja nicht normal. Das hab ich aber noch nicht gehabt. Musik-Lautstärke ist leise, Lautstärke im Spiel leise. So, jetzt nehme ich die Rohrbombe noch mit der... Ach, das sind die Magnum, die will ich gar nicht. Keine Ahnung, wo ich das einstecken kann mit der Schusswaffe. Ja, das ist die Gesamt-Lautstärke. Ja, die ist schon niedrig bei mir. Äh, kommst du auch mal hinterher? Oh, ich komm nicht mehr hoch. Ich glaub, ich bin gleich tot. WTF? Ja, weil du nicht hinterher gekommen bist. So, jetzt häng ich irgendwie an Smoker fest. Hilfe! Ich hab dir gesagt, ich würde das mit der Lautstärke machen, damit ich dich hören kann. Jaaa, und ein anderer, ich schalte mich, haut auf mich drauf. Und noch ein zweiter hinterher. Und ich bin gleich tot. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon tot. Nein, nein, nein! Ja, ganz toll. Ja, weil die Idioten nichts Besseres zu tun haben, als zu schießen. Na, du bist natürlich an einer völlig falschen Ecke gewesen. Verwundersliche, daher gekommen bist. Jaaa, du kennst mich mit dem Verlaufen. Hä, wo seid ihr denn alle? Ich bin tot. Ach, da sind die beiden. Da kann ich dich nicht irgendwie wiederbeleben? Wenn du mich irgendwo findest, ja. Da, ich bin grad bei dir. Ja. Ne. Du musst mich irgendwo anders finden, nicht da. Wo soll ich die Bisschen woanders finden? Das wirst du schon sehen. Das übersieht man nicht. Pass auf, irgendwo ist noch der Smoker. Nein! Irgendwo ist ein Hunter. Ich will ein Hunter. Lade nach! Da hinten bin ich! Da! Hinter dir! Auf deiner Seite! Drehen, 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 drehen! Da! Ah! Da musst du hin! Wenn du mich wiederbeleben willst! Aber ich hab meine ganzen Waffen bei ihm. Da! Ah! Was ist denn so? Ah! Wo sind die denn? Ah! Da! Ehh! Ach! Da! Rein! Da! Hint! Zurück! Zurück! Da! Rein! In die Wand! Ach! Lade nach! Ich stecke fest! Kost fällig! Danke! danke so jetzt könnte ich auch um und mehr gebrochen im cocktail mit so da lang so höre ich dich wenigstens auch wenn die schießerei war zu laut musik und so weiter ist alles leider schon wieder mich verlaufen ja merke ich schon hier geht's lang immer noch nee jetzt oder ich höre eine witsch tschuldige ich bin gerade am gucken wo die ist ah ich hab sie oh die sitzt genau da zum glück können wir auch hier landen hallo das ist ein echten geiler start muss ich mal sagen ja ich bin ja ich ja 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 Tonto! So, ich hoffe, dass diesmal kein Tank kommt. Lade nach! Oder was sagst du dazu? Nein, das ist wieder ein Tank da. Na geil, ist toll. Und genau an derselben Stelle wieder. Wo ist denn der? War er über uns? Ah, da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Oder? Nee, das ist ein normaler. Aber wo ist der? Weiß ich nicht. Ich habe ihn. Er ist da oben. Und da oben ist auch ein Splitter. Oh, da oben? Da oben auf der Brücke. Über uns. Ja, da oben. Der ist hinter diesem komischen Ding da. Das bringt nichts. Komm. Ich sehe sie auch gerade. Kommst du? Wir müssen zwar da lang. Aber? Diesmal werden wir den Tank erledigen. Ja, Zoe. Verpiss dich auf meiner Linse. Dumme. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Der Tank kommt. Lässt er hin. Schon? Ja. Oh, Autoumflug. Alter, der stirbt doch nicht. Jetzt ist er tot. Endlich. Meine Güte. Wird gleich sowieso eine Nummer für sich. Soll ich die Minigun nehmen oder willst du die nehmen? Diese Schusswaffe da? Nein, die hier oben. Die Minigun. Ja, ja. Ja, ja. Nimm du sie. Okay. Gut. Ich nehm die, denn aktiviere die große Kanone. Weil es kommen jetzt aus allen Richtungen ein paar. Das ist ein Zock. Nein, zwei Zollorben, zwei Zollorben. Zugezogen. Ich könnte hinter mir immer... Noll. Ein paar Leute gebrauchen. Ja, ich bin ja schon dabei. Wie war das? Du bist dabei hinter mir aufzurollen? Ja, die anderen sind ja andauernd bei mir. Anstatt auf der anderen Seite zu bleiben. Ja, du musst ja auch bei mir bleiben. Ja, die waren hier auf der einen Seite. Ja, ich bin. Ich wollte dann auf der anderen Seite helfen. Ich bin schon wieder tot. Die Endbeziehung, was ist mit denen los? Die sind ja keine große Hilfe heute. Ne. Ganz im Gegenteil. Hilfe! Hilfe! Was ist das mit... Zoe, mach doch mal was. Hilfe! Hilfe! Ich brauche hier drüben mal Hilfe! Komm, komm mit dir! Alter. Hilfe schon gut. Keine Angst, ich helfe dir. Ich hab noch nie mal einen Stimpack, um mich zu halten. Ich sag's schon wieder. Moment, das dauert nur eine Sekunde. Irgendwo ist ein dummer Hunter, ey. Ja, der ist vorhin über mich gesprungen. Tot. Saylan. Alter. Wir sind heute voll am Abkacken hier. Ja. Wir sind... Boah. Ich bin doch schon unterwegs. Okay. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ich hab doch... Nicht auf... Mich ist denn der ist runtergesprungen, lol. Ich hab ihn aber noch gekriegt. Ja, dann verblute. Alter, wo ist denn jemand in Schutzraum? Immer noch keiner. Oh, da waren 3 Boomer. Wo kommst du denn her? Alter, Schottraum. Endlich mal. Irgendwo hier ist ein Schottraum. Schottraum. Alle rein? Bill kann draußen bleiben, der ist mir egal. Er kommt ja hier nicht hinterher irgendwie. Genau, Falto dumm. Lass die draußen! Ich hab mich aufgemacht. Bill, du bist ein Penner. Alter. Alter Schwede. Ja. Und ich würd mal sagen, das war erst mal die erste Runde. Jo. Ja. Oh Gott. Deswegen, würd ich mal sagen, echt so diesen Fail ey. Scheiß Start. So verreckt, Peter. Danke. Das war ja nett. So. Würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Runde. Jo. Tschau. Oh, ich bin mal behoffen, dass man nicht so viel Stupider hat. Ne? Deswegen, schaut rein. Alles andere finden in den Linken in der Beschreibung. Bl-bl-bl-bl-bl. Also, tschau. Und feiert nicht so viel heute mal. Ne? Tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal.